In und durch feministische Kämpfe ist sehr vieles erreicht worden in den letzten Jahrzehnten. Lebensweisen haben sich verändert, wie man Familie lebt, miteinander für andere Sorge trägt, für sich selber sorgt. Das führt aber im Moment auch dazu, dass starke Angriffe von rechten Gegnern und fundamentalistischen Gruppen, evangelikalen, katholischen Ultras und so weiter, und auch in dieser kruden Mischung von rechts und fundamentalistisch gegen die erreichten Erfolge antreten. Wir wollen gerne anbieten, dass es anders gehen kann, dass es Alternativen gibt und sehr viele Akteurinnen und Akteure, die gegen diese rechten Entwicklungen kämpfen, die gegen fundamentalistische, einschränkende Vorstellungen angehen, die sich solidarisieren, die darum kämpfen, dass Emanzipation etwas ist, was sich weiter nach vorne entwickelt und nicht rückwärts.